so was könnten wir dann so auch stein überhaupt mal bauen gibt es da auch was interessantes ich habe immer etliche nach ein stein zaun also wenn du hunger hast ich habe elf wären also ich kann mich ja so im garten bedienen also also im moment geht es eigentlich ich habe echt das schwierigste haben wir bestanden wenn wir haben jetzt schon mein fortress katapult ja ja kannst du auch fahren ich bin immer noch keine Stöckchen Boah der Lisa hat mich gerade voll verarscht ich lauf 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 auf einmal bleibt der stehen und ich denke wo ich jetzt hin verarscht der Pfeffer von Schimpfen eine Art Dueliste findet Timmy war auch dein Lager ja ich glaube es gibt ein paar spieler die bis jetzt Timmy gefunden haben und da ist das Spiel durchgespielt ah ok wir brauchen echt ein größeres Inventar von Altemser die Vögel musste dann echt abwarten bis sie sicher mal hinsetzen oder wie ich probiere ich probiere jetzt den nächsten Vogel einfach mit dem Stern abzuwerfen boah der schlägt ernsthaft zwei mal daneben jetzt hat aber keine Feder ja Leuna kann tatsächlich Vögel einfach mit dem Stern töten mit dem Kieselstern so dann schaue ich doch ja mal ob ich hier einen finde das wäre zu einfach da fliegen eh auch viel Vögel bei unserem Lager rum da ist der nächste zack tot na wo ist denn so ein fucking Kieselstein ich glaube da habe ich doch auch ein paar schon hin und her ja da sind schon einige weg geworden so da habe ich doch noch irgendwo wenn irgendwo Baumstimme rumliegen siehst dann suck ach hier liegen noch welche alles klar wenn ich das die die spawnen wäre halt schade und das Holz ach so jo wie der Hase halt immer noch da drin sitzt weil hier etliche Steine sind wie ist denn das wollen wir das so eine Steinmauer außen rum machen macht das Sinn wir können es machen ob es Sinn macht weiß ich auch weiß ich selber nicht aber ich schaue also mal wie hoch so eine Steinmauer überhaupt ist ich weiß die Holzmauern sind am höchsten aber kosten halt auch nicht extrem viel Holz da muss ja alles rohen ne ja passt ja hängebrücke sehr viel Steinlager zack noch eine Lizard danke wohl danke Steinzaun ah da Lizard packt dann packt dann so ein Ding fest zack weißt du doch den ganzen Ding was rumschreien ja das wäre dann so okay ich höre die ganze Ding was rumschreien so leicht wie kann man einen Bau abbrechen wenn ich jetzt hier noch was zum B wieder also keine Ahnung keine Ahnung oh ja pass oh und es wird wieder dunkel dann trinken wir noch kurz was so daher können wir noch ein bisschen was hinhängen und dann nur an Lizard und dann Lizard und dann Lizard okay jetzt war es das wieder den Hasen wie geil ist das denn wir müssen den Hasen einen Namen geben oh das wird wieder schlecht boah ich hätte jetzt voll der ich wäre jetzt das wäre jetzt richtig gemein aber ich hätte einen Namen das Lordi ja ich hätte den jetzt mein hat Lordi jetzt auch oh geil ja können wir machen wenn wir eh schon bei dir an den gleichen Namen denken also ja aufgefasst ne dann gut dass es der Hasen worden ist wie findest du nicht essen den nehmen wir wirklich auf ja den nehmen wir auf für schlechte Zeiten ja für ganz schlechte Zeiten also ich esse dann einfach morgen wieder was ich spare jetzt doch mal für mich dann gehe dann kann ich da gleich pennen gehen ne kann noch nicht pennen Z Alter zieht dir mal meine Axt rein holy moly da hab ich da Zähne drauf alter krass gell dann gehen wir mal speichern und schlafen kombinieren Equip ne kann man schon schlafen ich kann irgendwie nicht zentrücken ne ich auch nicht ne wir müssen noch kurz warten ganz kurz noch paar Sekunden ähm wie kann man jetzt da nochmal äh die Torsten ändern also 1 2 4 hier ich weiß nicht wie man es ändern kann achso ich muss wie man es sich anzeigen jetzt kann man pennen ok dann Zeit ok alter esse ich jetzt da jetzt was und bin ich wieder schön voll äh ich klicke mal ein Stück Fleisch drauf oder zweck das Baumhaus war keine schlechte Idee war ich gut ja WTF vielleicht mache ich trotzdem irgendwie mal hinter uns an also wo wir jetzt nicht hingucken können mache ich vielleicht trotzdem mal so eine kleine Steinmauer ach das sehen wir haben genug Sterne genau und dann werden wir bei einer Seite schon mal schön geschützt dann weißt du was wir auch machen können wir können Richtung wir können uns halt ein bisschen wegbewegen und uns irgendwo was suchen wo wir ein fettes Boot bauen können wir auch ja so jetzt trinke ich noch kurz was und dann bin ich wieder komplett voll ja sehr schön ich schau mal was wir noch so bauen können genau so zum Beispiel so ein kleiner Schrank oh oh Besucher äh sie alles klar ich hole meine fette Axt raus äh ich auch jetzt gehts kommt da angesprochen jetzt kommt da jetzt kommt da jetzt kommt da auch vorhin so erst mal blocken so ja ja perfekt jetzt sogar zu das noch mal drauf sicher sicher ok so jawohl jetzt mitnehmen ich noch mal mit sehr schön mit den fetten keulen ist das ja mega leicht das ist nicht schlecht ja hast du den anderen ja wohl das dann aber ja ich ich habe sieben pfeile eins mal eins mal und ein stocky jawohl jetzt mitnehmen pfeile kann ich den eigentlich noch irgendwie upgraden oder so mal Alter wer zieht er jetzt erst mal die mädig fetteste wand zahlen Höhöhöh. Easy. Ja, da legen die so viele Kielsteine rum. Kann ich schon wieder keiner mehr tragen. Ja, da kann man eh bloß 5 tragen. Das ist ja eh. Ja, du kannst dir dann ein Inventar weiterer bauen. Dass du halt mehr Steine tragen kannst. Aber ich weiß leider nicht mehr, was man dafür braucht. Ich glaub, man braucht dafür Reh. Oder Hase. Jawoll. Ja, aber dann mach ich da hinten zu. Dann kann trotzdem vorne noch die ganzen Fallen, die sind dann trotzdem noch aktiv. Alter, wie viel Steine da rumliegen? Da braucht man schon viele Steine. Wenn wir das mit so Baumstämmen gemacht hätten, holler die Waldfee. Vor allem, wir können ja davor noch so Spikes machen, so Holzspieße. Ne, da reinrennen. Oha. Weil da, wo wir dann das Boot bauen, müssen wir sowieso eine fette Burg bauen. Fuck daneben. Jawoll. Leute, ich hätt fast Lordi erschossen. Oh. Aber der Käfig hat ihn gerettet. So. Alter, jetzt hab ich richtig Spiel mit dem Bogen. Alter, ich hab den Lizard grad einen Headshot gegeben. Alter. Ich bin das Urmonster. Weißt du, was ich mir jetzt mal mach? Erstmal Molotow Cocktails. Oh. Wenn du den Alkohol verwendest sonst für eh nix. Oder für was für Explosives. Ja, gehen wir mal bei Explosives. Schaltplatte. Nein, das war's nicht. Hat man denn da noch dafür gebraucht? Blätter? Nö. Ah, Münzen hat man noch dafür gebraucht. Aber Münzen hab ich nicht. Oh mein Gott, wie kann man denn Münzen finden? Ja, durch in den Kisten drinnen. Oder so am Strand. Und... Ich hab das geil... Ich hab glaub ich vier Geldscheine, ja. Du kannst halt... Du kannst halt Feuer machen. Die hab ich halt alle am Strand gefunden. Und mein... Mein schwach und schwer ist auch bereit. Für ein bisschen Action. Jetzt fehlt uns ein Stein. Na, eh klar. Fertig. Okay, Prost. Das muss ich echt mal testen. Aber ich glaub da kann man einfach so drüberjumpen, oder? Ah ja, den kann ich auch noch werfen. Nice. Gut. Nee, okay. Man kann echt noch drüberjumpen. Man kann drüberjumpen. Man kann drüberjumpen, schau. Ne? Ein bisschen an. Okay, okay, bisschen. Ja. Haben wir wieder... Ah, aber wir haben wieder was gefangen. Warum kann ich die Falle nicht machen? Ah, fuck. Zu langsam gewesen. Die können tatsächlich noch weglaufen. Aber in der anderen ist nie was, oder? Alter, der schreit denn hier die ganze Zeit. Du musst doch... Woll hab ihn erwischt. Wir brauchen es nicht weiter in den Wald gehen. Wir brauchen Rehe, glaub ich. Das Zeug ist. Das ist Nase. Nein, ihr Nase. Komm. Mist, wo war der Kieselstein das letzte Mal? Goddammit. War doch hier irgendwo. Jawoll. Alter, im Arsch. Der Scheißhase hat ein Pfeil im Rücken steckt und er läuft weiter. He. 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 Jetzt hab ich den. Alter, ohne Spaß. Jetzt hat er zwei Pfeile im Rücken steckt und ihn juckt's nicht. He. 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 Das will ich mir jetzt angucken. Drei Pfeile in den fucking Hasen. Kann's nicht sein. He. 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 Ich glaub den Scheiß halt. Lebt er immer noch? Der lebt er immer noch. He. Okay, ne, den würde ich schon angucken. Oh fucking wieder Dorf, oder so, aahhhhh. He. 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 krieg den arsch eh nicht ich würde noch gucken oder ich gehe zu nahe kampf aber stecken bei mir keine falle sind also ohne spaß der scheiß hat dann auch die ganze zu diesen arschlöchern aber da würde ja okay das ist richtig so ist das scheiß haus ich will meine pferde wieder haben das ist das scheiß haus ich nicht ob es auf das ist das scheiß haus ich so das ja so so so